24.04.2016, High Noon am Glockenofen, Sonnenschein, 4 Grad und Peschwarzwolken, Aprilwetterhalt. Ein Glück, dass wir noch ein paar Minuten bis zum Start haben. Vielleicht ist es vorbei. Müssen wir die Klappe eigentlich abmachen von dem Objektiv? Nee, geht automatisch. Ach, okay. So, die Schneehöhe nimmt zu. Wir spuren schon mal die Läupe. Also, die Langlaufskier schon mal wachsen, Leute. Wollte gerade sagen, einfach in der Mitte, da ist am besten noch. Das ist meistens. Deshalb steht in meinem Haftungshinweis, am besten mit Trällschuhen. Schade, die riesengroße Mufflonherde war zu schnell wieder verschwunden, bevor ich die Kamera raus hatte. Müssen wir uns mit den Läufern begnügen. Das ist eine der ungetesteten Stellen, wo ich dann noch am Reißbrett verfeinert habe. Der Weg hat sich ein bisschen verloren. Gucken wir mal, ob wir da rauskommen, wo wir rauskommen wollten. Da unten ist er. Auf den sollte unser Weg hier auskommen. Nein, das sind nicht die Socken, die qualmen. Das ist jetzt der Schneeregen, der in den Sonnenstrahlen verdampft. Boah, das ist aber hoch. Ja, da geht es ja besser hinten. Da kann ich ja. Vorsicht, Vorsicht, ja. Extensive Evaluation der terrestrischen Viskosität. Und endlich ein bisschen Aussicht. Und so sieht das aus, wenn man mit der linken Hand einen Ast zur Seite biegt und mit der rechten dann in die Dornen greift oder in die Dornen reinschraubt. That's trail running. Ja, hier ist... Die letzten Meter vor dem Parkplatz Glockenofen. 21,75 Meter laut GPS. Er ist richtig schön unterhaltsam. Also war schon prima. Hat sich, so wie ich das sehe, bewährt. Da kann ich wohl trail dran schreiben, ohne mich zu blamieren. Das ist richtig schön unterhaltsam. Ja, das ist richtig schön. Das ist richtig schön. Das ist richtig schön.